Herzlich willkommen zu einem zusammenfassenden Video. Wir sind mit den Grundlagen soweit durch. Wir haben über Differenzerfahrungen und Artefakte gesprochen, wir haben über interaktive Systeme gesprochen und über die Architektur der Wahrnehmung. Häufig werde ich dann gefragt, das war ja jetzt aber viel, was soll ich mir denn davon alles merken? Ja, natürlich alles, ist ja klar, natürlich muss man sich alles merken. Aber es gibt natürlich ein paar Stichworte, die man vielleicht mehr parat haben sollte als andere. Das sind zu einem welche, die wir gerne in Klausuren abfragen, aber es sind vor allen Dingen auch die, auf die wir uns häufig zurückbeziehen in der weiteren Gestaltung. Das heißt, ich zeige euch mal ein paar Folien, auf denen ein paar Zusammenfassungen, ein paar Stichworte genannt sind, die man parat haben sollte. Ich werde das jetzt nicht alles nochmal erklären, höchstens in ein bis zwei Sätzen, aber ihr habt ja die Videos parat, ihr könnt dann ja an die entsprechenden Stellen springen und könnt euch das angucken. Das Erste, was wir gemacht haben, ist Denken. Denken mit dem Kopf, nicht Denken im Kopf. Das sollte man auf jeden Fall parat haben, dass das Gehirn alleine nicht reicht. Ich brauche immer eine Wahrnehmung, um eine Differenzerfahrung machen zu können, um das, was ich mir vorgestellt habe, überprüfen zu können. Einfache Möglichkeiten der Differenzerfahrung sollte man kennen, also den Perspektivwechsel und das Arrangieren sollte man auf jeden Fall parat haben. Dann ist auf jeden Fall wichtig, der Artefaktbegriff. Was nennen wir eigentlich ein Artefakt? Und vor allen Dingen, wie kann ein Artefakt ein Mittel zur Differenzerfahrung sein? Und da hatten wir Unterschieden zwischen Instrumenten, also Artefakten, die ich dafür benutze, um etwas der Wahrnehmung zugänglich zu machen, was der Wahrnehmung sonst nicht zugänglich ist. Alle Arten von Messinstrumenten oder Horchgeräte oder Fernrohre, das sind alles Instrumente in dieser Terminologie, die wir hier verwenden. Davon abgesetzt, aber ähnlich, experimentelle Konstruktionen, also etwas zu konstruieren, was eine Umgebung erzeugt, in der man etwas beobachten kann, was man in der normalen Umgebung nicht erzeugen könnte. Wir haben da das Beispiel der schiefen Ebene für Leonardo da Vinci gehabt. Es gibt viele weitere Umgebungen, in denen man Bedingungen erzeugt, in denen man etwas messen kann, was man sonst nicht messen kann. Denkt zum Beispiel mal an so einen großen Teilchenbeschleuniger, da das Zern oder so. Das ist ja nichts, was man eben mal so auf der Straße messen könnte. Da ist eine große experimentelle Konstruktion notwendig. Und dann formale Operationen, also die Technik Technik des formalen Operierens. Das sollte man auf jeden Fall parat haben, dass man formal Dinge aufschreiben kann, dann Kalküle hat, also Regeln zur Umformung dieses Formalismus und daraus dann auch Algorithmen entwickeln kann, also so eine Art Vorschriften, Rezepte, Vorschrift ist das bessere Wort, wie man eine Regel, eine Reihe von Transformationsschritten an, anwendet. Das beste Beispiel für formale Operationen ist immer das Rechnen. Und da muss man sich klar machen, warum das Rechnen eigentlich Differenzerfahrung ist. Eben, weil die Rechenregeln und die ganzen Algorithmen zum Rechnen unabhängig davon sind, von dem, der rechnet, und vor allen Dingen von dessen Annahmen über das Ergebnis der Rechnung. Deswegen kann das ein Mittel zur Differenzerfahrung sein. Dann Artefakte noch in der besonderen Rolle als externes Gedächtnis. Da haben wir erstmal die Frage zu, was ist denn ein externes Gedächtnis? Dass ich Dinge externalisiere. Wir hatten da vor allen Dingen diesen Knochen gehabt, auf den was eingeritzt wurde. Da musste man sich diese Zahl 55, die es ja gewesen ist, der scharfe Lämmer, glaube ich, nee, Hammeln, Hammeln waren es, nicht merken, sondern man hat diese 55er aufgeschrieben. Das ist ein Medium und diese Rolle des Mediums, die sollte man parat haben, also dass man sich auf Dinge beziehen kann durch andere Personen an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit. Interessant zumindest, übrigens in diesem Zusammenhang, das habe ich da gar nicht gesagt in dem Video, aber das kann man sich ja jetzt vielleicht mal gerade Gedanken drüber machen, wieso ist denn eigentlich eine Notiz, die ich mir gemacht habe, ein Mittel zur Differenzerfahrung? Überleg mal kurz. Warum sollte sie keines sein? Warum könnte man ein Einwand haben? Naja, man könnte ein Einwand haben, weil ich sage, das, was ich aufgeschrieben habe, ist ja von mir nicht unabhängig. Also ich kann ja zum Beispiel nicht mich fragen, wann kann ich mit der Bahn fahren und dann schreibe ich auf 15 Uhr und gucke, da steht 15 Uhr und sage, dann ist es. Aber warum kann eine Notiz trotzdem ein Mittel zur Differenzerfahrung sein? Ja, ich mache eine Rückkopplung, eine Rückversicherung gegen mich selber zwar, aber gegen ein früheres Ich. Und zwischendurch kann ja in meinem Kopf alles durcheinander gekommen sein oder ich bin vielleicht auch zu ganz anderen Erkenntnissen gekommen und ich kann mich dann aber noch mal auf etwas Früheres zurückbeziehen. Ich kann also Differenzerfahrung gegen die Vergangenheit machen. Und deswegen ist auch eine eigene Notiz ein Mittel zur Differenzerfahrung. Kommen wir aber wieder zurück zu dem Artefakt als externes Gedächtnis. Diese Artefaktrolle haben wir intensiv besprochen am schriftlichen Rechnen. Das heißt, man sollte parat haben, was das Rechnen im Kopf unterscheidet vom Rechnen mit einem Aberkuss. Was ist das denn? Ja, Rechnen im Kopf, da kann ich mir eigentlich, da habe ich überhaupt gar keine externe Repräsentation, da kann ich mir gar nicht sicher sein, Rechnen mit dem Aberkuss, da habe ich immer eine externe Repräsentation dessen, was ich habe und ich brauche auch eigentlich nicht mehr richtig Kopfrechnen zu können, denn ich muss ja nur noch Steinchen verschieben und im Gegensatz dann noch das schriftliche Rechnen. Was habe ich beim schriftlichen Rechnen? Da habe ich eine Spur der Rechenoperation im Medium. Das habe ich beim Aberkuss nicht. Beim Aberkuss habe ich immer nur ein Zwischenergebnis und alles andere geht verloren. Das bedeutet hier einschätzen können in Richtung Persistenz und Überprüfbarkeit. Ja, und dann die Vor- und Nachteile von Einschreibtechniken sollte man kennen. Analoge Einschreibtechniken, da hatten wir gesagt, ja, da wird etwas in einen Träger hineingeschrieben oder draufgeschrieben. Allgemein haben wir Einschreibtechniken gesagt. Das macht das Ganze persistent, aber die Bearbeitbarkeit in analogen Einschreibmedien ist nicht gegeben. Es sei denn, ich bearbeite den Medienträger selbst, schneide den Auseinander, klebe den Anders wieder zusammen. Zum Artefakt habt ihr vielleicht dieses hier noch im Kopf, die Kastanie. Das ist genau diese Frage, kann eine Kastanie ein Artefakt sein? Klar kann sie. Erstmal ist sie es nicht, wenn wir sie in der Natur finden, ist sie kein Artefakt. Aber wir könnten ja irgendwas aus der Kastanie bauen oder die Kastanie für etwas benutzen, dann ist sie ein Artefakt. Und wenn ich die Kastanie als Medium benutze, um sie zum Beispiel mir hier hinzulegen, um mich an etwas zu erinnern, dann ist sie sogar ein Artefakt als externes Gedächtnis. Zweites Thema, was wir hatten, Potenziale interaktiver Nutzungsschnittstellen. Und da sollte man auf jeden Fall parat haben, was die Probleme des Batch-Betriebes waren. Also diese weite Trennung zwischen der Programmierung und dem Ergebnis. Man programmierte getrennt vom Computer, völlig unabhängig vom Computer auf Papier, musste das dann lochen, das ist auch noch unabhängig vom Computer, hat das dann abgegeben und hat erst Stunden und einen Tag vielleicht sogar später seine Ergebnisse bekommen. Das ist die Charakteristik des Batch-Betriebes und die sollte man auf jeden Fall parat haben. Denn das Versprechen des Timesharing, wo der Computer mehrere Nutzer rundherum in so einer Zeitscheibe immer bedient, die ist genau das Gegenteil, nämlich die Responsivität. Ich habe Schnellergebnisse und ich kann sogar das Programmieren am Computer selbst erledigen. Und dadurch wird natürlich die ganze Charakteristik des Ganzen anders. Was ist aber noch durchs Timesharing gekommen und durch die Responsivität? Die Notwendigkeit für ein User-Interface, ist, was man sonst so gar nicht brauchte. Sonst war eigentlich die Nutzungsschnittstelle die Maschinenschnittstelle und der Operator hat da dran gestanden. Jetzt brauchen wir eine Schnittstelle für den Nutzer, der mit diesem Computer interagieren muss und dafür ist es notwendig, virtuelle Objekte bereitzustellen. Das heißt, in der Programmierung müssen Objekte erzeugt werden können oder erzeugt werden, auf die der Nutzer sich beziehen kann und die der Nutzer im Timesharing-Betrieb manipulieren kann. Das muss noch nicht heißen, dass man die am Bildschirm sieht oder dass man überhaupt einen Bildschirm hat, aber ein System muss Objekte bereitstellen. Dann der nächste Schritt, Terminal statt Fernschreiber. Was ist da die große Charakteristik? Der Cursor, die Schreibmarke, die ich irgendwo am Bildschirm positionieren kann, was mir die Möglichkeit gibt, Text am Bildschirm zu löschen, Text am Bildschirm zu überschreiben und damit die Möglichkeit mir gibt, dass ich Zeichen am Bildschirm ändern kann. Das ist genau das Gegenstück zu den analogen Einschreibmedien vorhin. Bei den analogen Einschreibmedien habe ich sie hineingeschrieben und dann waren sie persistent und ich konnte nichts mehr machen, musste den Medienträger zerschneiden. Hier muss ich keinen Medienträger zerschneiden, sondern kann die eingeschriebenen Zeichen selber bearbeiten. Wieso kann ich das? Weil ich einen Prozessor habe, der so schnell diese Aktualisierungen macht und dieses Neueinschreiben und neu auf den Bildschirm zeichnen, dass ich das nicht mehr bemerke und deswegen habe ich diesen Eindruck, ich kann das selbst am Bildschirm bearbeiten. Nächster Schritt, Sage und Sketchpad. Was habe ich da? Ich habe räumliche Objekte, die am Bildschirm fest dargestellt werden. Das hat man eigentlich auch mit dem Terminal schon. Da ist es dann halt ein Textobjekt, was am Bildschirm an einer Stelle ist und an dieser Stelle bearbeitet werden kann. Bei Sage und Sketchpad geht es noch weiter, da sind es grafische Objekte, vor allen Dingen bei Sketchpad sind es grafische Objekte, die am Bildschirm direkt angezeigt werden können. Dazu kommt noch die Eigenschaft, dass ich mit einem Zeigegerät arbeiten kann und dieses Zeigegerät dafür verwenden kann, auch die Manipulation an Ort und Stelle zu machen. Ich mache also nicht nur eine Auswahl des Objektes und gebe dann einen Befehl ein, sondern ich kann auch direkt durch Ziehen oder durch Pinschen und sowas, was immer man sich da vorstellen mag, direkte Manipulation direkt am Objekt machen. Das hat den Vorteil, dass zu jedem Zeitpunkt dieser Zwischenoperation, während der kompletten Operation, ich immer einen aktuellen Zustand habe. Ich muss mir also nie irgendwie einen Unterschied vorstellen zwischen einem Zustand des Objektes und dem, was ich gerade sehe, wenn ich räumliche Objekte habe und die auch noch direkt manipulieren kann. Ja, und das Ganze kann man zusammennehmen und über responsive Manipulation sprechen. Das heißt, ich habe direkte Manipulation und ändere ein Objekt irgendwie an Ort und Stelle. Dadurch ändere ich ja ein Zeichenarrangement und dieses Zeichenarrangement kann selbst wieder die Grundlage der nächsten Auswertung sein. Das meint responsive Manipulation. Hier auf dieser Folie stehen nur die Definitionen davon nochmal drauf. Das habe ich jetzt euch gerade erzählt, das erzähle ich euch nicht nochmal. Das dritte Thema hatten wir gerade erst, die Architektur der Wahrnehmung. Was ist da wichtig, dass man sich merken sollte? Man sollte wissen, dass Wahrnehmung immer selektiv ist, dass man also immer nur einen kleinen Teil dessen, was draußen tatsächlich ist, wahrnehmen kann. Das hat vor allen Dingen schon viel mit dem Auge zu tun, aber auch das Wahrnehmungssystem dahinter ist stark selektiv. Man soll unterscheiden können zwischen zentraler Wahrnehmung und peripherer Wahrnehmung. Damit gehe ich euch aber auch häufiger nochmal auf die Nerven während der weiteren Vorlesung, wenn es um die Gestaltung geht. Man sollte wissen, was präattentive Wahrnehmung ist, also diese Vorauswahl in der Wahrnehmung und man sollte wissen, wie man das in der Gestaltung nutzen kann. Damit auch verbunden, was man vermeiden sollte. Das Prinzip der lateralen Hemmung sollte man kennen. Das ist diese Technik, die dafür sorgt, dass Kontraste verstärkt werden und an Stellen, wo keine Kontraste zu finden sind, halt keine Verstärkung stattfindet, also dann eine weniger Information an dieser Stelle noch ist. Das sorgt ja dafür, dass man vor allen Dingen da, wo Unterschiede sind, auch die Aufmerksamkeit hinlenken kann. In der findet diese Verstärkung statt und zwar schon im Auge. Man sollte das Prinzip der Hypothesenbildung kennen, dass also eine Wahrnehmung immer damit zusammenhängt, dass Hypothesen über das gebildet werden, was man wahrnimmt. Es kommt immer nur ein kleiner Teil durch die eigentlichen Wahrnehmungsorgane hinein und ganz viel muss ergänzt werden, vor allen Dingen durch Wissen und einiges von diesem Wissen ist quasi in Biologie geronnenes Wissen und das haben wir hier als Abkürzung bezeichnet. Das ist dieser Hypothesengenerator, den ihr beim letzten Mal so oft gesehen habt. Das heißt von unten bottom up die Signalverarbeitung von oben top down das Wissen. Ob ihr das eine top down nennt oder das andere ist eigentlich egal. Auf jeden Fall ist wichtig, dass beides zusammenkommen muss und die Abkürzungen sind auch so eine Sonderrolle da drin. Daraus entsteht eine Hypothese über das, was wahrgenommen wird, wo hier Wahrnehmung dran steht und diese Hypothese, die kann man dann wiederum überprüfen, indem man in der Umwelt handelt und das Ergebnis der Hypothesenüberprüfung kann zu neuem Wissen werden. Das ist das, was dieser Hypothesengenerator von dem Gregory hier aussagt. Die Konstanzphänomene sollte man kennen und auch beschreiben können, warum das Hypothesen sind. Die Hypothese ist dabei eigentlich immer, dass Objekte sich nicht aus sich heraus einfach ändern, weder ihre Form noch ihre Größe noch ihre Farbe noch ihre Helligkeit. Das sind die Konstanzphänomene und das sind die Hypothesen, die dahinter stecken. Die Erkenntnis, dass wir immer Hypothesen bilden, habe ich sowieso schon genannt, aber vor allen Dingen, dass diese Hypothesen ausgelegt sind auf eine Umwelt von beleuchteten, einander verdeckenden 3D-Objekten. Dafür sind diese ganzen Hypothesen, die ich euch genannt habe. Ich habe ja 3D-Hypothesen gesagt, ich habe Verdeckungshypothesen und Beleuchtungshypothesen euch genannt. Und genau für diese Art von Wahrnehmung ist unser Wahrnehmungssystem ausgelegt. Es ist nicht ausgelegt für flache Objekte am Bildschirm. Und das ist natürlich ein Problem, auf das wir in der Gestaltung noch öfter zu sprechen kommen müssen. Deswegen sind das auch Techniken, mit denen man, also wo man dann darüber nachdenken muss, wie man denn Tiefe und Plastizität, also dieses Dreidimensionale, eigentlich am Bildschirm herstellen kann. Schlussendlich die Farbe, also Farbgestaltung. Und da solltet ihr kennen, was ist der Vorteil vom HSV- oder HSL-Modell gegenüber einer Farbangabe in RGB. Ihr braucht das Modell nicht im Kleinen erklären zu können, obwohl ich es gut fände, wenn ihr das wüsstet, weil man das wirklich praktisch so gut anwenden kann. wenn man mal gestalten will. Aber man muss auf jeden Fall wissen, dass es in RGB quasi unmöglich ist, eine ähnliche Farbe zu finden. Ausnahme wären da vielleicht die Grautöne. Was in HSV und HSL ziemlich leicht möglich ist. Ihr solltet wissen, was chromatische Aberration ist. Das war die Sache mit dem Rot und dem Blau vor allen Dingen, wo die unterschiedliche Brechungen von Licht verschiedener Wellenlängen dafür sorgte, dass man nicht beides gleichzeitig wahrnehmen konnte und dann dieser Kopfschmerzeffekt entstand, dieses Schwimmen des Bildes da entstand, was man sich nicht lange angucken kann, was man also auf jeden Fall vermeiden soll. Und das Phänomen des Simultankontrastes solltet ihr auch kennen, dass also eine Farbe sowohl in Farblichkeit, Farbton, Sättigung und Helligkeit nie für sich alleine steht, sondern in ihrem Eindruck immer davon abhängt, was so drumherum noch zu sehen ist. Und das hängt ja zusammen mit der Farbkonstanz und mit der Helligkeitskonstanz. Da finden quasi so, wenn man so will, Fehlanpassungen statt. Das sind die Dinge, die man meiner Meinung nach mitnehmen soll aus diesen drei Wochen Grundlagen. Natürlich sollte man auch das andere, was ich alles zwischendurch gesagt habe, nicht vergessen. Aber wenn man diese Dinge parat hat, dann ist man relativ gut gerüstet für alles, was jetzt kommt, an praktischen Gestaltungshinweisen. So viel dazu und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche, wenn wir mit der Gestaltung anfangen.